Ganz böse, richtig schnell vor einem Kopf vorbeifahren und juck die nicht mal annähernd. Ist natürlich egal. Ich bedanke mich auch bei jedem, der mich jetzt gerade anruft, also einen kleinen, kurzen Moment. Hatte ich euch schon erzählt, dass jedes Mal, ähm, irgend... Dankeschön. Ich war 5 Minuten AFK und es sind keine Leute mehr in meiner Sitzung. Habe ich schon gesagt, dass ich...